The Last of Us, Folge 16. Mir fallen keine guten Anmords ein bei diesem Let's Play. Was ist da denn los? Wir müssen irgendwas mit dem Bus machen und die Batterie klauen. Ja, so, gucken, wo gehst du denn hier raus? Hier nicht. Da auch nicht. Scheiße, eingemauert. Da stehen sie. Mal gucken, was sie sagen haben. Der gute Bill. Hey Mann, ich brauche keine von deinem Scheiß. Vertraue mir. Joel, du hattest ein Einges an sie, oder? Wie ein Hauke. Jetzt war die deutsche Version frecher als die englische. Ja. Oh, passt. Die schenken sich hier nix. Nee. Wow. Dann kommen wir heute aber nicht mehr hier raus. Deswegen lassen wir das gar nicht erst anfangen. Kannst du in der Orgel was machen? Ich will die Shotgun ausprobieren. Sehr schön. Er kennt sie auch nicht mehr aus. Aber dann sind wenigstens keine von deinen Sprengfahrten, oder? Ja. Oh oh. Da ist er schon. Nicht nur einer, wie es sich anhört. Wow, wow, wow. Der hat sich gleich kurz in. Na, was? Ho, ho. Näher, 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 näher. Zum Glück kein Friendly Fire. Ja. Sonst wäre der Bill jetzt ganz schön gepäppert worden. Aber auch gar nicht so viel Schuss. Aber krass, oder? Dass die selbst zwei von den Schrotladungen wegstecken. Und die erste ist die mir echt in Oberkörper schräg, schräg, Kopf gejagt. Gucken, vielleicht dann, die hätte man jetzt schlecht umgehen können hier, vielleicht von einer ein paar. Ja. Ja, irgendwelche Profis bestimmt, aber... Ja, wenn man es vielleicht abgelenkt hat mit einem Geräusch oder so. Ich dachte, das wäre schon wieder einer von denen. Ja. Die hören sich anders an. Einer da unten. Noch einer da unten. Da kann man nicht runter, ne? Das ist jetzt alle den linken Teil, den rechten Teil des Parks. Boah, ho, ho. Ja, hier ist Fan-Convention. Ich wollte, dass man von der Leine vielleicht in eine Richtung abbiegt. Weißt du, dass du rechts an dem, an diesem Grab da vorbeikannst? Ja, das hoffe ich. Dass du sie alle nach links in die Ecke lockst? Ich wollte erst mal ein bisschen von alleine schon irgendwie günstig stehen und dann versuche ich, wenn einer dann blutscht, den einen wegzulocken. So ist mir gerade... So, ich warte mal kurz. Boah, ist das Geräusch eklig von denen, ne? Ist der Hammer. Ist aber noch ekliger, weil wir, wie gesagt, diese Pilz-Dokus angeschaut haben. Das hätten wir nie machen sollen. Ist aber super, weil man halt viel mehr versteht, was da passiert. Zumindest haben wir sich ja so ein bisschen daran orientiert, es ist natürlich nicht eins zu eins. Da, geierter Einerung. Ich würde da in die Ecke was schmeißen. Dass die da alle hingehen. Ich weiß noch was, aber ich bin nicht ganz sicher, wie weit der Radius reicht. Ob der es dann halt hört, hier vorne auch. Laufen aber schon im Kreis da unten. Wir haben noch zwei Klingen, wir können die theoretisch auch ausschalten. Stimmt. Weil jetzt hinten gerade ist was frei. Dann geh mal hinten rum. Du Fuchs. Du bist ja ein Fuchs. Geh schnell vorbei. Geh schnell vorbei. Geh vorbei. Geh doch vorbei. Ja, da lag irgendwo ne Flasche. Hat der angezeigt. Hat der nicht auf... Nicht genommen. Schnell... Uuuuuhhhh. Schnell weiter. Schnell weiter. Schnell weiter. Schnell weiter. Wenn der so umdreht. Schnell weiter. Schnell weiter. Schnell weiter. Schnell weiter. Du hast Spaß mit denen. Oder? Das war echt kein... Das war echt kein Kindergarten hier. Ich hätte die eine Flasche halt kriegen müssen, als ich vorbeigegangen bin. Wurde mich jetzt wieder hingesetzt auch hier oben. Ich habe hier schon hier eine Flasche. Ja, red du mal. Deine Aktion. So. Alter. So, die zwei... Die schalte ich aus hier oben. Die gehen sonst wieder auf... Zack. Ja, das hat jetzt aber funktioniert. Ja, habe ich mal richtig den Kopf getroffen halt, ne? Ah, guck. So, als wie ein Archer mit dem direkt neben dem Ohr schießen. Goddamit, Archer. What? So, jetzt aber. Ja. An den kommen wir vorbei. Ich kann ja nicht alle schießen. Das lief eigentlich ganz gut. Und unten lag auch eine Flasche. Da war ich bloß ein Stück zu zweit schon. Komm Mädchen. Bieg mal hier ab. Willst du es doch auch. So. Und nun. Ich habe Messer, oder? Zwei. Da unten zeigt es an, ja. Da wäre man auch nicht dieses Messer, was man im Fall des Falles ziehen könnte. Einen Skill haben wir nicht. Oh, da ist eine Flasche. Sehr gut. Die war fast nah genug. Ich habe solche Angst. Nein, das wollte ich nicht. Egal. Ach, das hört man halt nicht. Komm, dreh ich um, dreh ich um. Die NPCs werden jetzt zum Glück nicht bimmeln. Ja, du jetzt gleich. Okay, da kommt die Wande. Da kommt noch einer. Ah. Ja, da hat sich erst mit Bill rumgeärgert und dann hat er das Interesse verloren. Ja anscheinend. Ich dachte, Bill hat die. Bill. Du blöder Typ. Okay. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da vielleicht, dass wir zu viel Respekt vor denen haben. Meinst du? Es kommt mir so vor, als würden die viel weniger sehen, als wir glauben, dass sie sind. Ne, ne, ne. Das ist schon ganz richtig so. Hey. Es kommt mir so vor, als wenn man einfach nur stringent durchlatscht, dass das geht. Ja, an manchen Stellen schon. Manche haben wir sicherlich jetzt so jetzt schnell vorbei. Ja, komm her, komm her, komm her. Schon vergessen oder was? Äh. Äh. What? Wait, what? Ja, aber das wird... Ach, das haben wir auch noch. Warum? Wie kommt ihr denn immer so schnell ran? Das war doch von der Entfernung überhaupt noch nicht da. Ich kann jetzt mal die Nagelbombe übrigens benutzen. Martin D. Implantar Spezialist. Nein, du bist Ruhe. Ruhe. Ich bin Ruhe. Du bist Ruhe. Jetzt kann ich nicht arbeiten. Jetzt kommt halt hier, ihr blöden Penne. Aber echt mal, ey. Äh. Äh. Wir sind dem aus. Hat's der schon? Ja. Drei in der Tricks. Zwei in der Tricks. Aber neben. Leer. Keine Chance. So, wir haben hier noch die Nagelbombe. Aber hier vorne habe ich auch Munition bekommen. Ja. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen andere Taktik vor jetzt hier. Wir haben noch die Nagelbombe. Die nutze ich jetzt nämlich auch nochmal. Da, da, da. Da kommt uns gleich rechts am Grab vorbei. Ja, nicht mehr. Boah. Fuck. Ein hasse noch. Ich habe die Nagelbombe aber noch. Aber ist das jetzt die ganze Besatzung von der Etage? Hä? Aufgrund der großen Nachfrage haben sie aufgestockt, oder was? Nö, ist da unten ja vorhin drei. Die sind schon mit. Oh, okay. Vergiss. Oh, wo ich jetzt hier hinlege. So. Und dann Lärm, Mars. Lass die Flasche da irgendwie hin, oder so. Mit ne Revolver, du. Nö, nicht unbedingt. Aber ich will die erstmal nicht haben, so. Ja, ich will nicht hier den einen reinlocken. Zwei kriege ich auf jeden Fall. Die sind ungefähr gleich weit weg. Weg. Ja, danke. Das reicht halt nicht mal. Nein. Weg, 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 weg. So. Zunächst mal funktioniert. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ja. Ich habe aber auch genug Schuss. Jetzt mal wieder. Jetzt. Vielleicht hat sie einen doch erwischt mit der ersten Nagelbombe auch schon. Man hört. Unten sind noch welche. Irgendjemand raged da voll rum. Ach, das sind die in den Kommentaren. Entschuldigung. Eins, zwei. Geilerei. Geilerei. Hä, warum habe ich denn hier... So geht das nicht. Was machst du denn? Eine Flasche aufsammeln und hier hinten müsste eine liegen. Wie cool auch, weil die Flaschen aufhebt, ne? Mhm. Aber das ist... Haben sie in Uncharted auch schon so schön gemacht gehabt. Eins, zwei, drei müssten es sein. In Uncharted ging das sogar so cool, dass Nate sich abrollt, wenn er ein Gewehr am Boden im Laufen nimmt. Und was dann in der Rolle aufnimmt. Das sieht sehr cool aus. Aber ich habe keinen Bock auf diese Säcke, weißt du? Warum kann ich den... Mach einfach keinen Scheiß! Um Gottes Willen. Ist gerade das Herz stehen geblieben. Die Topfblume stecke ich ein. Das sind Tabletten. Naja, aber trotzdem. Erstmal eine Topfblume. Da ist er. 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 Ich tausche das mal. Das ist so gut wie hinüber. Ich bin auch so gut wie hinüber. Das war viel zu nervenaufreibend. Boah, die Kämpfe in diesem Spiel. Irre. So. Aber das haben wir jetzt ja irgendwas geschafft. Ich glaube, hier geht es raus. Ja. Und zwar raus in die nächste Folge. Wir machen eine Pause. Ich glaube, ihr braucht auch eine Pause. Und wir sehen uns dann in der 17. Folge von The Last of Us. Servus.